Hallo Freunde, 2023 hat begonnen. Ich wünsche dir ein wunderschönes, erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2023. Ich habe mir gedacht, ich fange heute mal nicht, vielleicht ende ich damit mit dem Ukraine-Krieg an, weil wir davon ja gelangweilt sind. Wir haben ja jetzt ein friedvolles Fest gehabt, außer wenn wir in der Ukraine oder in Russland leben. Und wir wollen uns heute darauf fokussieren, was sind denn die Herausforderungen 2023. Und jede Herausforderung bietet natürlich auch eine Chance. Und ich weiß, wahrscheinlich wird es sehr viel weniger Klicks geben auf dem Video, aber ich werde mal versuchen, auch darüber zu reden, welche Chancen denn sich für dich, für mich und für uns alle bieten. Denn ein Jahr immer wieder negativ anzufangen, das ist nicht so mein Ding. Ich bin ein positiver Mensch und ich werde versuchen, das immer mehr herüberzubringen. Also, fangen wir doch mal an. Für mich ist die Entwicklung des Jahres 2023. Und wir werden es dann gesagt bekommen, zwischen dem 16. und 20. Januar in Davos, ist nämlich das WEF-Meeting, das Meeting des World Economic Forums, jedes Jahr, immer im Januar, um uns das Jahr einzuleiten, um alle Leute auf die, ja, soll ich sagen, Parteilinie einzuschwören. Ihr habt es sicherlich schon gemerkt, seit vielen Jahren liegen viele, fast alle Regierungen, auf derselben Wellenlänge. Die Leute haben alle dieselben Kurse besucht, kommen alle aus derselben Kaderschmiede, nämlich dem WEF und werden immer eingenordet oder eingesüdet oder eingeostet oder wie auch immer. Auf jeden Fall immer Anfang, Mitte, Ende Januar, je nachdem, wo es stattfindet, ist ein Treffen, an dem alle teilnehmen, die irgendwo etwas zu sagen haben oder von denen gehofft wird, dass sie demnächst mal etwas zu sagen haben. Die meisten, logischerweise, kommen aus dem Dunstkreis von großen, wirklich großen Gesellschaften. Viele natürlich aus dem Bereich der Medien, und zwar unserer freundlichen sozialen Medien, aus dem Bereich unserer Freunde, der großen Finanzgesellschaften, ob das nun Investmentgesellschaften sind oder Banken oder Ähnliches, natürlich auch ganz vorne. Und die sogenannten Consumer Companies, ob das irgendwie Coca-Cola, Pepsi oder Nestle oder was, was immer immer ist, die Jungs, die uns das Essen bringen und die uns, ja, Sachen reinmischen, die wir vielleicht nicht haben wollen. Nicht zu vergessen natürlich auch unsere freundlichen, großen Pharmakonzerne, die immer nur unser Bestes wollen, nämlich unser Geld. Die Entwicklung des Jahres 2023 wird meiner Ansicht nach künstliche Intelligenz sein. Ihr habt vielleicht oder wahrscheinlich, hast du schon Ende letzten Jahres, im November glaube ich, ist es wirklich offiziell gewesen, den Launch gesehen von JetGPT oder GPT, wie der Deutsche es ausspricht. Das ist ein Sprachenmodell, dem du Fragen stellen kannst, mit dem du dich in Anführungsstrichen unterhalten kannst und der natürlich deinen Input, ja, für den du nichts bezahlen musst, gerne annimmt, weil er davon lernt. Er möchte gerne Feedback von dir, sieht es aufgrund deiner Nachfragen, sieht es aufgrund deiner Konversationen und da du dich dafür anmelden musst, gibst du natürlich auch preis, wer du bist. Jeder hat dann die Chance, irgendwie ein Google-Konto oder ähnliches aufgemacht zu haben, was auf Dagobert Duck lautet oder sonst irgendwas. Und du gibst ihm damit dann die Gelegenheit zu lernen, was der Einzelne von uns für Fragen hat und wie er versucht, diese künstliche Intelligenz zu nutzen. Ich habe mir erlaubt, ja, deswegen werde ich jetzt hier etwas immer für dich ablesen, ich habe mir erlaubt, dieser künstlichen KI ein paar Fragen zu stellen. Und zwar habe ich die Fragen gestellt, was denn die Möglichkeiten sind, wobei der Menschheit ja zur Seite, die KI zur Seite stehen kann, beziehungsweise wo wir Fortschritte sehen können. Ich habe also nach dem Nutzen gefragt und habe folgende Antworten bekommen. Und du solltest dir diese Antworten notieren, du solltest auch vielleicht diesem Chat-GPT dieselbe Frage stellen, denn er, natürlich, er macht das mehrsprachig, vielleicht gibt er auch in der einen oder anderen Ausgabe eine andere Antwort, wird ein bisschen umprogrammiert. Und ich habe mit jemandem gesprochen, der schon auf dem neuen Modell ist und der sagt, Oliver, it will blow your mind. Also auf gut Deutsch, Oliver, du wirst es gar nicht glauben, was dann Chat-GPT Nummer 4 bringen wird, weil es eine massive, brutal schnelle Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz ist und sie wird dein und mein Leben total ändern. Heute schon kannst du dich, wenn du zwei- oder dreimal auf Dinge ähnlicher Art auf TikTok oder YouTube drückst, kannst du dich nicht mehr erwehren von einem Schwall von Vorschlägen, wie du diese künstliche Intelligenz nutzen kannst. Zum Beispiel, wenn du Coach bist, so wie ich, oder wenn du irgendwelche anderen Sachen machst. Also, der Nutzen ist, so sagt die KI, ist Zeitersparnis. Und zwar, KI-Systeme können Aufgaben viel schneller erledigen als Menschen. Sie können zum Beispiel Sprache in Text verwandeln und so weiter und so fort. Du kannst also beim Schreiben von Artikeln unwahrscheinlich viel Zeit sparen. Du kannst sogar die KI die Artikel schreiben lassen. Du musst ihr nur sagen, worüber du schreiben willst. Und sie baut dir ganze Textbausteine bis zu einem Buch. Er baut es dir zusammen, wenn du den entsprechenden Input gibst. Wir werden also langsam vom ausführenden Organ zu einem Organ, was der künstlichen Intelligenz Input gibt. Und die Aufgaben werden dann viel schneller und viel genauer und ohne Fehler gelöst. Zweiter Vorteil, zweiter Nutzen ist die verbesserte Genauigkeit. Weil KI-S werden nicht müde, so wie wir. KI-S können 24 Stunden rund um die Uhr arbeiten. Und KI-S haben überhaupt keine Probleme, viel schneller zu lernen als wir. Bei denen musst du alles nur einmal sagen. Und dann hat die KI das verstanden und wendet das auch an. Die heutigen KI-S natürlich haben auch einen Nachteil. Der Nachteil, vielleicht ist es auch ein Vorteil, das wissen wir ja immer erst nachhinein. Vielleicht bin ich ja auch vollkommen auf der falschen Seite der Historie. Die KI ist links orientiert. Also wenn du der KI Fragen stellst, wirst du immer Antworten bekommen, die der gängigen Mainstream-Meinung sehr nahe kommen. Wir kommen dazu gleich noch einmal. Also, verbessere Genauigkeit, darauf weist die KI hin, auch wenn zum Beispiel jetzt Dinge gemacht werden wie ein virtueller Arzt. Also eine KI wird demnächst auch dich anschauen können, wird Dinge sehen, weil sie Millionen solche Patientenbilder schon gesehen hat, braucht von dir nur den Input, den du geben möchtest, und kann dann einen Output generieren, kann also dir sagen, was du wahrscheinlich hast. Das heißt, der Arztbesuch und ähnliche Dinge wird demnächst einfach virtuell ablaufen. Da gibt es sicherlich demnächst Kameras, die bestimmte Dinge tun können. Du hast ja jetzt schon eine Anbanduhr, die bestimmte Dinge melden kann, ob das Blutdruck ist, ob das Pulsfrequenz ist, ob das andere Dinge sind. Demnächst alles, wie gesagt, online. Viele werden also arbeitslos werden. Auch da solltest du dir überlegen, ob das deinen Beruf betrifft, ob die KI dich demnächst ersetzen kann, ob du vielleicht jetzt schon etwas Neues lernen möchtest. Und ich empfehle ja immer, dass du Tränen lernen sollst. Warum sage ich Tränen? Weil natürlich du mit Tränen dir finanzielle Freiheit erarbeiten kannst. Und das ist natürlich auch eine Frage. Kann die KI dieses Trading demnächst besser, als wir das können? Bisher sagen Experten, die sich mit KI auskennen, also mit künstlicher Intelligenz, sagen, dass die menschliche Intelligenz noch bessere Ergebnisse liefert. Das heißt, wir können eben nicht nur aufgrund von vielen, vielen Mustern immer wieder das Gleiche tun, erkennen und wiederholen, sondern wir können auch Rückschlüsse ziehen und können besser schätzen, als die künstliche Intelligenz. Aber natürlich, der Vorsprung wird kleiner. So behaupten alle, die sich in der KI auskennen und sagen, dass bald der Händler ersetzt werden kann. Ich glaube, dass der Händler nicht ersetzt werden kann, weil ich die Erfahrung habe, ich mache das seit 40 Jahren, dass zwar immer mehr algorithmisch und mit künstlicher Intelligenz versehen am Start ist in den Märkten, dadurch die Märkte aber, weil die ja alles gleich machen, viel besser für uns lesbar geworden sind. Wenn dich dieses Thema interessiert, empfehle ich dir, am 6. bis 8. Januar an meinem Workshop teilzunehmen. Den Link findest du unter diesem Video. Es findet, bevor mich, fragen mich immer so 30, 40, 50 Leute, es ist nachmittags, es ist von 18 Uhr bis 20 Uhr, jeweils drei Tage, nicht jeden Tag dasselbe. Und ja, es ist kostenfrei. Alle diese E-Mails erübrigen sich damit und ich habe damit, so wie die KI, zu einer Zeitersparnis meinerseits beigetragen durch dieses Video. Also, erweiterte Fähigkeiten auch, ja. Sie sagen, KI-Systeme können Menschen dabei helfen, Aufgaben zu erledigen, die sie alleine nicht bewältigen können. Zum Beispiel können KI-Systeme Drohnen oder Roboter in gefährlichen Umgebungen eingesetzt werden, um menschliche Arbeiter zu schützen. Das kann, wie alles im Leben, positiv und negativ gebraucht werden. Wir wissen es ja gerade in der Ukraine und in Russland geht es ja gerade darum, ja, wie kommen denn die Drohnen, die Raketen, die Roboter an ihr Ziel und auch da wird natürlich demnächst dann die künstliche Intelligenz helfen. Da muss keiner mehr mitpflegen oder muss keiner sich in Gefahr begeben. Man kann mit einem Knopfdruck viele Dinge machen, die man gar nicht machen möchte. KI soll auch zur verbesserten Entscheidungsfindung beitragen. Das ist so eine Sache, davor hat Elon Musk schon gewarnt, ich glaube es war 2018, dass er gesagt hat, wir sollten ganz enge Regeln daran setzen, weil wir natürlich auf eine Welt zusteuern, die irgendwie den Terminator-Film mal ähneln kann. Denn in der Wissenschaft nennt sich das Singularität. Das ist der Moment, in dem die künstliche Intelligenz, die menschliche Intelligenz abgehängt hat, sich selbst weiterentwickelt und zwar an einer Geschwindigkeit, der die Menschen überhaupt nicht mehr folgen können. Das heißt, die bewegen sich in einer Geschwindigkeit von uns weg, die wir gar nicht verstehen können, treffen dann Entscheidungen selber und schaffen dann auch praktisch uns, in Anführungsstrichen, zu versklaven. Die Frage ist dann, ob sie uns gebrauchen können, ob sie uns nett finden als herumlaufende Individuen oder ob wir dann abgeschafft werden. Wer weiß, ob das vielleicht schon mal passiert ist in unserer Welt, vielleicht nicht auf der Erde, auf einem anderen Planeten, weil das kann sich ja wirklich alles verselbstständigen. Das Interessante immer wieder ist, dass der Mensch eine Idee hat und aus dieser Idee wird irgendwann Wirklichkeit, egal ob die gut ist, die Idee oder schlecht, sie wird dadurch Wirklichkeit. Ich meine, wir müssen nicht reden über Filme wie die Matrix, wo ja einige Dinge inzwischen schon wieder Wirklichkeit geworden sind, zum Beispiel auch, wie Babys gefüttert werden können, ohne dass dort Menschen am Start sind oder eben auch Filme, wir haben es ja gehabt, Star Trek oder ähnliches. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, was fehlt, ist, dass ich mich noch nicht beamen lassen kann auf irgendwelche Raumschiffe, ansonsten haben wir ja alles schon am Start. Das ist die interessante Sache und die künstliche Intelligenz wird natürlich diese Entwicklung beschleunigen, denn wie gesagt, sie wird nicht müde, sie kann viel mehr Informationen aufnehmen und verarbeiten und natürlich viele, viele, viele Menschen ersetzen und zwar vor allem clevere Menschen ersetzen. Die Dummen ersetzen sie sowieso, aber selbst die Cleveren können ersetzt werden. Und dann sagt die KI natürlich, dass es auch negative Möglichkeiten gibt. Jetzt habe ich gesehen, dass der Chef dieser Firma, dieses Open Artificial Intelligence Projekts, dieser Chef, dieser CEO davon, der ist bekannt auch, weil diese Firma sich in dem Größenprojekt Sporen geholt hat und zwar geht es da um das Universal Basic Income, dass also dieses Grundeinkommen, was immer wieder in den Medien gespielt wurde, worauf wir immer wieder, ja hin, hin, fast völlig hingerichtet, wir sind nicht hingerichtet worden, sondern wir wurden gerichtet auf dieses Thema. Wie ist das denn mit diesem Basiseinkommen, was Leute erhalten sollen, die zum Beispiel ihre Arbeit verlieren durch den Einsatz von Robotern, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz? Denn wir haben ja gelernt, ich habe darüber auch schon Videos gemacht, dass in Teilbereichen bis zu 70% weniger Menschen gebraucht werden. Wenn so viel weniger Menschen gebraucht werden, dann muss es ja in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit geben, die über Wasser zu halten. Es sei denn, man entscheidet, und das werden wir wahrscheinlich nicht tun oder noch nicht so schnell tun oder nicht so offiziell tun, diese Leute in irgendeiner Art und Weise vom Planeten zu entfernen. Auch da gibt es ja Leute, die das immer wieder, ja, bestimmten Konzernen, die in bestimmten Zusammenhängen in den letzten Jahren groß geworden sind, auf die Fahne schreiben nach dem Motto, das ist der Anfang davon. Und der Bill Gates soll ja auch darüber geredet haben. Wer sich das genau anguckt, hat er es aber anders gemeint, aber vielleicht ja doch nicht. Also, es gibt ja immer die Verschwörungspraktiker und es gibt natürlich auch die Leute, die wirklich darüber nachdenken und sagen, hmm, wie könnte das eigentlich gehen. Wir sehen verschiedene Dinge, die passieren auf diesem Planeten und ordnen die ein. Die Frage ist, ordnen wir die richtig ein oder nicht, das wissen wir erst im Nachhinein. Also, Fakt ist auf jeden Fall, dass es die Möglichkeit gibt, auch Leute still, Leute ruhig zu halten, indem du ihnen dieses universelle Basiseinkommen zur Verfügung stellst. Nach dem Motto, okay, du hast deine Arbeit verloren, wir geben dir aber trotzdem Geld. Die Frage ist natürlich, wer bezahlt das und gibt es da Probleme? Ich habe diese Frage auch dem Chat-GPT gestellt und der hat folgendermaßen geantwortet. Also, er sagt, der Vorteil von Universal Basic Income ist, dass es eine Möglichkeit ist, alle Menschen mit einem Grundeinkommen zu versorgen, um ihre grundlegenden Bedürfnisse zu decken. Einige der möglichen Vorteile vom Universal Basic Income, also UBE nennen die das hier, sind A, Verringerung der Armut. Es könnte dazu beitragen, die Armut in einer Gesellschaft zu verringern. Naja, das wissen wir. Die Frage ist immer noch, wer es bezahlt, aber dazu kommen wir später. Zweitens, es stärkt angeblich die Freiheit und Unabhängigkeit. Habe ich mich gefragt, wieso? Es steht hier, es könnte Menschen die Freiheit geben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und ihren Interessen und Leidenschaften nachzugehen, anstatt gezwungen zu sein, einer Arbeit nachzugehen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das klingt doch cool, oder? Ja, die Frage ist nur, wer motiviert dich oder was willst du denn wirklich tun? Warum machst du es denn nicht jetzt schon? Weil in der heutigen Gesellschaft ist es ja wirklich möglich, mit allem Geld zu verdienen, wenn du in irgendeiner Sache gut wirst. Und gut wirst du ja nur, wenn du mit Leidenschaft dabei bist. Ich bin ja nicht Träder geworden, weil das Geld irgendwo vom Himmel fällt, sondern weil es meine Leidenschaft ist, weil ich gerne den Wettkampf mag. Ich mag den Wettkampf mit anderen Marktteilnehmern und möchte gewinnen, jeden Tag. Das ist das, was ich möchte, das ist das, was mich motiviert. Ich möchte besser sein als andere. Das motiviert mich, das treibt mich nach vorne. Dann sagen sie, es verbessert die Bildungsmöglichkeiten. Habe ich mich auch gefragt. Wie kommt denn das? Also sie sagen, es könnte dazu beibetragen, Bildungsmöglichkeiten zu verbessern, indem es Menschen die finanzielle Unterstützung bietet, die sie benötigen, um sich fortzubilden, oder eine Hochschulausbildung zu absolvieren. Ich meine, wir wollen uns jetzt nicht hier hinstellen und überlegen, ob eine Hochschulausbildung in irgendeiner Art und Weise noch sinnvoll ist, gerade wenn es hier diese KI-Sachen gibt. Aber Fortbildung ist auf jeden Fall etwas, was ja schon seit Jahren jeder, der ein bisschen noch Gehirn übrig hat, macht. Weil wir wissen, dass diese Roboter die Arbeitsplätze von jetzt ungelernten Menschen eben einfach durchführen können. Roboter werden nicht müde. Roboter, guckt euch dieses Google-Ding an, diese späteren Soldaten. Natürlich wird sowas fürs Militär auch gebraucht. Die bewegen sich besser und sicherer inzwischen als viele Menschen. Können viel mehr Gewicht tragen, machen die Sachen viel genauer, sind 24 Stunden im Einsatz, brauchen keine Pausen, brauchen keinen Urlaub, sind nicht beim Mosern, dass sie nichts zu essen kriegen oder sonst wie, sondern arbeiten einfach durch. So, also Fortbildung ist natürlich eine Möglichkeit. Und dann sagen sie, Unterstützung von kleinen Unternehmen. Und das ist mir beim WEF auch schon aufgefallen. Da wird sehr oft gesprochen über die Unterstützung und das Bessermachen der Welt für kleine und mittlere Unternehmen. Ich allerdings sehe immer, dass die großen Unternehmen von allem profitieren und ich als kleines Unternehmen immer mehr Auflagen habe. Immer mehr Auflagen habe, immer mehr Regelungen, immer mehr Dinge, die ich befolgen muss, immer höhere Steuern, immer dieses, immer jenes. Selbst hier in Zypern wird langsam diese europäische, ich nenne es Diktatur, von Brüssel wird langsam hier überhand oder nimmt langsam überhand mit immer mehr Regelungen. Immer mehr wird angeglichen an den europäischen Standard, der furchtbar ist. Ja, du musst für alles drei Blätter mit Durchschlag und hin und her und dralala. Und ich sehe das nicht für die kleinen und mittleren Unternehmen. Vielleicht ist das nur eine, vielleicht ist das nur eine in irgendeiner Art und Weise gearteter Lockvogel und wir wissen nicht, was da wirklich am Start ist. Aber wir werden es herausfinden. So, und dann sagen sie, Förderung von Innovation und Kreativität. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube eher, dass wir die KI dazu benutzen, unsere Kreativität zu übernehmen, denn ich sehe immer mehr Leute, die es dazu benutzen und sagen, hey Mann, da muss ich ja gar nicht mehr so kreativ sein, das kann ja das System für mich erledigen. Dann habe ich gefragt, was sind denn die negativen Auswirkungen von Universal Basic Income, weil da habe ich viel mehr am Start, so ich aus meiner Erfahrung heraus. Wenn du irgendwelchen Leuten Geld gibst, ohne dass sie was dafür tun müssen, dann sind die ja in der Regel faul, das ist so meine Erfahrung. Und sehen ja gar keinen Anreiz mehr, wenn so bestimmte Grundbedürfnisse gedeckt sind. Ich sehe das auch bei den Leuten bei mir im Kurs. Die Leute, denen es am Anfang am schlechtesten geht, die am meisten zu verlieren haben, die sind diejenigen, die richtig Gas geben. Währenddessen denen, denen es zu gut geht, die in ihrem Job noch genug Geld verdienen, die das so nebenher machen, die kommen gar nicht weiter, weil sie eben nicht die notwendigen Schritte tun. Sie sind nicht diszipliniert, sie sind nicht fleißig genug, sondern hätten es gerne alles vorgekaut auf den Tisch. Also, sie sagen, negativ könnten sein Kosten. Ein Universal Basic Income Programm könnte teuer sein und könnte finanziert werden müssen durch Steuererhöhungen, der meint wieder mich, oder andere Maßnahmen, die für manche Menschen unangenehm sein könnten. Das hört sich an wie Enteignung natürlich. Zweiter Punkt, verringerte Arbeitsmoral. Es könnte dazu führen, dass Menschen weniger motiviert, sage ich doch, und sie sind weniger motiviert, eine Arbeit zu suchen oder hart zu arbeiten, dass sie bereits ein Grundeinkommen haben. Genau das kenne ich auch. Verringerte Unternehmensleistung. Es könnte dazu führen, dass Unternehmen weniger produktiv sind, dass sie sich weniger bemühen müssen und ihre Mitarbeiter eben Schwierigkeiten haben, die zu motivieren, weil die eben schon genug haben. Es kann Verteilungsprobleme geben, weil es könnte ja dazu führen, dass manche Menschen dann trotzdem zu viel Geld haben und manche Menschen trotzdem zu wenig Geld haben. Wer weiß denn, was jetzt nun der eine oder andere wirklich braucht und ist das denn auch gerechtfertigt oder will der einfach nur auf einem höheren Niveau auf dem Rücken anderer leben oder wie auch immer. Und verringerte Anreize. Es könnte dazu führen, dass Menschen weniger motiviert sind, ihr Leben zu verbessern oder sich fortzubilden, da sie bereits ein Grundeinkommen haben. Also das, was positiv sein kann, wie fast alles im Leben, kann natürlich auch negativ sein. Ja, ich glaube, dass diese künstliche Intelligenz in allen Dingen wahnsinnig Einzug halten wird. Ihr kennt diese Webseite, wo ihr praktisch von der künstlichen Intelligenz gebildete Personen euch angucken könnt. Ich glaube, die Webseite heißt, this person does not exist. Es ist so, dass die künstliche Intelligenz einen Menschen einfach formt aufgrund von Grunddaten, die es so gibt, wie Gesichter aussehen, wie weit Augen auseinander stehen, wie weit sie zusammenstehen, welche Farben sie haben und so weiter und so fort. Und die bauen dann einfach in sinnvoller Art und Weise, weil es sehr intelligent, Menschen zusammen, die es aber nicht gibt. Aber die sehen aus wie echte Menschen. Und inzwischen wisst ihr auch, dass es inzwischen sehr gute Programme gibt, um Videos zu machen mit Avataren. Mit Leuten, mit Avataren, die so aussehen wie echte Menschen, aber keine echten Menschen sind, sondern eben nur Avatare. Und dass du auch Deepfake-Videos machen kannst. Das heißt, es sieht zum Beispiel aus, als würde ich hier sprechen, aber ich bin es gar nicht. Sondern es ist einfach nur ein Avatar, der von künstlicher Intelligenz einfach so gemacht worden ist, dass er aussieht wie der Olli, dass er spricht wie der Olli, mit demselben Ton wie der Olli, dieselben Witze macht wie der Olli, dieselben dummen Sprüche macht wie der Olli, dieselben Worte benutzt wie der Olli und vielleicht auch über dieselben Themen spricht. Aber mit dem gewünschten Ausgang, den die KI natürlich, weil sie so programmiert worden ist und sich dann auf diesem Pfad weiterentwickelt, von sich gibt. Das heißt, demnächst wird es immer schwieriger sein, zu wissen, was es war und was es nicht war. Hat es dieses Interview, hat es diese Rede überhaupt jemals gegeben oder hat es sie nicht gegeben? Es kann also sein, dass plötzlich historisch, angeblich historisches Material herauskommt, was so bearbeitet ist, dass du es nicht mehr auseinanderhalten kannst, ob es jetzt echt ist oder nicht. Da können natürlich Leute sagen, oh wunderbar, ich habe so ein Filmmaterial von meinem Opa, ich würde gerne nochmal mit meinem Opa reden und später kannst du mit deinem Opa reden, weil alles, was er irgendwann mal gesagt hat, wird irgendwo festgehalten. Alles, was er mal gemacht hat, wird demnächst irgendwo festgehalten. So wie wir ja demnächst durch den Verlust des Bargelds von Geburt bis zum Tod alle unsere Aktionen ja aufgezeichnet werden. Jede kleinste Geldausgabe wird aufgezeichnet. Alles wird demnächst kontrolliert. Heute zum Beispiel mache ich mein Revolut-Konto auf, ja, da steht doch tatsächlich, also erstmal wähle ich mich ein mit meiner E-Mail. Dann brauche ich einen Code. Dieser Code wird mir geschickt, entweder über E-Mail oder über so eine Authenticating Software und dann muss ich diesen Code eingeben und dann geht dieses Up, dieser Up geht auf und sagt, ich soll mal freundlich lächeln und soll mal ein Foto von mir machen, damit sie wirklich sehen, dass ich das bin. Hey, das wird immer mehr. Also bald, bald ist wirklich alles in Anführungszeichen sicher, beziehungsweise bald ist es nicht mehr möglich, dieser Technik zu entkommen und damit natürlich auch die Herausforderung, wenn du der nicht mehr entkommen kannst, dann bist du abschaltbar. Ich habe mich immer wieder gefragt, wer dem eigentlich zugestimmt hat, ob da irgendwann mal in unserer angeblichen Demokratie, und ich weiß, ich werde wieder 20 Kommentare unter dem Video haben oder auch mehr, die sagen, Demokratie gibt es nicht und bla bla und ist doch klar und Olli, weiß ich doch, aber wer hat denn da mal zugestimmt? Warum? Ich meine, ich sage es ja immer wieder, warum, wenn das so ist, dann müssen wir doch zumindest mal versuchen, in eine Partei hineinzukommen und die Politik zu ändern. Wir wissen ja, welche Partei immer die meisten Stimmen bekommt. Wir wissen das doch, wir müssen auch nicht mal eine neue Partei gründen, wir können die ja in Nullkommanichts unterwandern. Ich habe ja schon gesagt, wenn ich ein Video habe, was viele Menschen gucken und alle diese Menschen, die das Video gucken, würden sich in eine Partei bewegen, würden wir diese Partei bestimmen können demokratisch. So einfach ist es. Und so schwer machen wir es uns, weil alle sagen, ah, der Olli wieder, ah, ich bin aber so gerade beschäftigt, weißt du, ich bin gerade wieder dabei, meinen 9- bis 17-Uhr-Job zu machen, ich kann gerade nicht, ja. So läuft das ganze Leben an uns vorbei und so lassen wir uns fremdbestimmen von allen anderen und demnächst vielleicht alle von uns lassen sich fremdbestimmen von der künstlichen Intelligenz, die wir so cool fanden, wo wir so geile Spiele gespielt haben auf allen möglichen Massenmedien und die uns dann irgendwann übernehmen wird, ja. Und die künstliche Intelligenz wird irgendwann ein Video vom Olli spielen, wo die künstliche Intelligenz mal ein Video geändert hat und in dem Video rufe ich auf dazu, äh, äh, uns Bargeld abzuschaffen. Oder so ähnliche Sachen, ja. Ist ja alles möglich. Deswegen denkt mal darüber nach, wie diese ganzen Dinge genutzt werden. Und zwar können und auch sollten. Und wenn wir uns nicht darum kümmern, dieser Sache Regeln zu geben, wird es niemand tun. Denn auch diese WEF-Typen, wer hat die denn gewählt? Keiner. Wer gibt denen denn das Recht, sich hinzusetzen und für alle Regeln zu machen? War denn einer von euch, warst du schon auf der Seite vom WEF? Hast du mal geguckt, was da steht? Hast du geguckt, was die für den 16. bis 20. Januar für eine Agenda dort haben? hast du geschaut, worüber die reden? Hast du geschaut, was gerade auf der Agenda ist für dich, für dieses Jahr? Die schreiben da ganz offen, was sie tun. Und wir sagen alle, ha, Davos, ja, Skifahren, ha, ja, wach doch mal auf. Warum wacht denn keiner auf? Ja, wir sind alle in unserer Komfortzone, Tarit, Tarot, Oh, ich muss noch die Hausaufgaben machen für meinen Sohn, damit er auch lernt, gehorsam zu sein und für die industrielle Revolution bereit. Hey Mann, wir sind schon in der vierten Revolution und die reden darüber, die vierte industrielle Revolution. Und wir sagen alle, oh ja, wisst ihr, wer gelernt hat bei denen? Alle, die du so kennst, der Habeck, die Baerbock, alle da gewesen. Ja, die Grünen, die angeblich grün sind, die aber gar nicht grün sind, denn sonst würden sie keine Waffen liefern in die Ukraine, sonst würden sie kein Erdgas aus Katar holen, das würden sie alle nicht machen. Ich weiß, das Gas ist LNG, aber die meisten von uns wissen ja dann nicht, was LNG ist, weil warum soll ich mich darum kümmern, das kommt ja aus der Leitung. Also, vielleicht möchte der eine oder andere dann doch mal 2023 auffangen. Ich habe mir erlaubt dann, weil wir ja bei der Künstlichen Intelligenz sind, eine Frage zu stellen. Und zwar habe ich gefragt, was ist eine positive, motivierende Geschichte für 2023? Und da sagt das System, witzigerweise antwortet das vorher auf Deutsch und hier antwortet es mir auf Englisch, es sagt, dass es sehr, sehr, dass es ihm leidtut, dem System. Es ist nur ein Sprachmodell und kann natürlich über das Jahr 2023 gar nichts sagen. Es kann mir aber sagen, dass es in den letzten Jahren schon, weil wie gesagt, bisher ist es, beruht es auf dem Jahr 2021, ich habe gehört, dass demnächst quasi das ganze Internet und zwar fast Realtime am Start ist in der nächsten Version. Und dann werden wir auch viel mehr damit machen können und viel mehr hoffentlich erschrocken sein, was das Ding alles schon kann, weil das ist auch so faszinierend. Ich kann es euch nur empfehlen, macht da ein Konto auf. Ich kann da nicht mehr nicht verstehen, wenn ich höre, dass es irgendwie nur vier oder fünf Millionen gibt, die das bisher nutzen weltweit. Wahrscheinlich sind es inzwischen schon viel mehr, aber wir sind Milliarden, Mann. Krieg deinen Arsch hoch und mach ein Konto auf. Guck dir das an. Also, es sagt, und damit wisst ihr, wie es programmiert ist, es gab wunderbaren Fortschritt in erneuerbaren Energien. Oh, hallo! Und zwar geht es da um Sonne und um Wind und so weiter und so fort. Und es gab auch Fortschritte weiterhin in Technologien. Es hat zu einer Reduktion von Öl- und Gasverbrauch geführt und ist damit eben positiv für den Climate Change, Klimawandel. Dann sagen sie, dass es auch andere technologische Fortschritte gegeben hat, die auch einen positiven Impact gehabt haben auf die Welt. Und zwar elektrische Autos, Batteriesysteme und, wer hätte es gedacht, Fortschritte im Gesundheitswesen. Und in der Landwirtschaft, wir erinnern uns, in Europa schon alle aktiv beim Schließen von Farmen, weil auch das könnt ihr auf der Agenda-Seite, das heißt Agenda-Seite des WEFs nachlesen. Es geht darum, eine nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben und zwar den CO2-Ausstoß quasi auf Netto-Null zu senken. Wie das gehen soll, außer aufhören zu atmen, weiß ich nicht. Ich habe immer gelernt in der Schule, dass, und auch nach der Schule, ich kann also nachweislich davon behaupten, dass das wirklich so ist, weil ich selbst überprüft habe, nicht nur gelernt habe in der Schule, CO2 ist normal positiv für Leben und Wachstum. Ja, aber gut. Und dann haben sie noch geschrieben, dass andere positive Entwicklungen waren das Anwachsen von Bewusstsein über soziale und umweltpolitische Themen. Mehr und mehr Leute erkennen die Wichtigkeit, die Umwelt und alles, was dazugehört. Zu schützen. Ist das nicht schön? Das System ist also sehr positiv motiviert, durch die richtigen Leute programmiert und wird uns dann auf dem richtigen Pfad in die Zukunft führen. Wenn du das auch willst, brauchst du gar nichts zu tun, weil es kommt. Wenn du aber irgendwelche Zweifel hast, dann solltest du vielleicht jetzt irgendwas dagegen tun. Und natürlich, so wie die künstliche Intelligenz, liebevoll, gewaltfrei, verständnisvoll. Hat es dir gefallen? Oder soll ich noch zwei, drei Sachen von mir geben? Ich denke, das ist für den Anfang des Jahres erstmal genug. Die Herausforderung, wie gesagt, ist, künstliche Intelligenz positiv zu nutzen. Jeder kann sie positiv nutzen für Sachen, die du immer wieder machen musst. Für Sachen, zu denen du keine Lust hast. Du kannst zum Beispiel, bevor du lange einen Brief irgendwo hinschreibst, kannst du auch die KI einen Brief schreiben lassen. Vielleicht können wir ja mal alle versuchen, einen Brief schreiben zu lassen an unseren Bundestagsabgeordneten, dass wir bestimmte Sachen nicht wollen. Wenn wir die Inputs geben, sollte die KI das perfekt schreiben können. Ihr könnt natürlich auch diese KI nehmen, um zum Beispiel eure Verkaufsgespräche zu verbessern, um bessere Mitarbeiter für euer Unternehmen zu werden, um besser und einfache E-Mails zu beantworten und Ähnliches. Also, diesen Dingen wird Tür und Tor geöffnet. Und natürlich wird es auch den Robotern, den vermenschlichten Robotern helfen. Ihr wisst ja, dass auch der liebe Herr Musk da sehr aktiv ist mit dem Tesla-Bot. Und es ja auch viele humanoide Roboter gibt, die natürlich ist auf die treibende Kraft die Sexindustrie und die Pornoindustrie. Und wir werden demnächst mit der künstlichen KI, mit der künstlichen Intelligenz natürlich auch diese humanoiden Roboter so programmieren können, dass sie viel besser funktionieren als jede erdenkliche Partnerin oder jeder erdenkliche Partner. Und dann, vielleicht dann erreichen wir das, was sie alle wollen, die Verringerung der Bevölkerung. Ein geringeres Bevölkerungswachstum nimmt nämlich natürlich auch dann weniger Karbonausstoß als positiven Anstoß mit. Ja, ich wünsche dir ein wunderschönes Jahr 2023 und alle anderen Dinge, die wir herausfordernd vor uns sehen, darüber haben wir oft genug schon gesprochen. Das ist natürlich die Situation im Osten, Ukraine, Russland, wir hoffen auf baldigen Frieden. Das ist natürlich unsere Lieblingssache, Inflation, unsere Lieblingssache, Abschaffung des Bargelds und vielleicht auch in Europa demnächst, auch aufgrund von klimatischen Dingen, Verbot von Bitcoin-Mining und dem Handel von Bitcoin, vielleicht auch natürlich der Kryptowährung, damit es eben keine Flucht mehr aus den Zentralbank-Währungen gibt, die dann nur noch digital vorliegen und die dich immer jetzt ja auch demnächst mit der gesichtserkennenden Kamera am Start haben. Ich freue mich auf das Jahr 2023, weil ich werde es positiv nutzen und ich freue mich darauf, dich in meinem Workshop vom 6. bis zum 8. Januar begrüßen zu dürfen. 18 bis 20 Uhr, vom 6. bis zum 8. Januar. Ich werde versuchen, dir zu zeigen, wie du trotz der Herausforderungen, die dieses Leben hat, noch mehr Geld verdienen kannst und dir noch Freiheit sichern kannst. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Tschüss.